Wollt jemand romantisch drauf? Ja! Oh, Albrecht, der ist sonst nie... Okay, aber... Ähm, Shearing, ja. Ein junger Krieger aus Schottland, ne, aus England, oh Gott, geht nach Schottland, so rum war es, ja. Und dort trifft er auf eine Schottin, die Schafe schert. Und verliebt sich, trotz Geruch, in die Schäferin und schwängert sie. Und sie will natürlich, dass er sie heiratet, aber als dann die Pipes von seinem Regiment wieder ertönen, geht er. Und ich glaube, sie ist immer noch in Schottland und Scherchach in the Shearing. Das ist romantisch. Das ist romantisch. Das ist romantisch. Das ist romantisch. Die Schöne der Schöne der Schöne der Schöne der Schöne, Mein Gott, lass dich. Ich hab das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, weil 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 ich mich nicht mehr so fühle, Oh, I am drüben, in your spirit, let me, in your spirit, my body, I see you. Oh, I am drüben, in your spirit, my body, I see you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.